Okay, das würde generell sogar klappen, allerdings muss ich mich hier total aufs Healen konzentrieren, das heißt ich kann nur mit der Frostbarriere arbeiten, ich darf keine anderen Skills einsetzen, das heißt die Main Damage macht hier die Frostbarriere bzw. Delta. Ja, wobei er macht jetzt auch nicht gerade viel, er macht zwei Damage drauf, ich denke mal die Frostbarriere wird hier das Rennen machen. Aber wir kriegen ihn auf jeden Fall tot, es dauert halt jetzt nur extremst lange, ich glaube auch wir werden das einfach nicht alles hier gerade aufnehmen, eventuell hau ich mal ein bisschen spannende Musik drunter, dann sieht das alles ein bisschen besser aus, warte, was wir auch nochmal machen können. So, hier in Vollansicht mal das Ganze, den sehe ich zwar nicht, na geht alles noch klar. So, jetzt denkt euch hier epische Musik dabei und seht wie Delta ihn, ähm, ja, streichelt mit der Axt. Ja, aber komm doch erstmal durch hier, die Stahlrüstung, aber er sieht schon irgendwie cool aus, oder? Finde ich schon. Gut. Äh, weißt du was, ich schalte einfach gleich nochmal rein, ne? Wenn der so ein bisschen uhrt, wo ist denn meine HP? Okay. Und tschüüüüü. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018